Der Plan mit dem Dunbed in den Abgrund zu fahren ist gescheitert. Simon und Catherine haben beschlossen nach Omikron zu gehen und stattdessen die Aufzugsplattform nach unten zu nehmen. Zuerst aber muss Catherine mit Simons Hilfe herausfinden, wie die Arche funktioniert. Hey, hey, buddy bros, what up? Copy hier. Nein, Quatsch, falscher Kanal, falscher Kanal. Hey, hey, buddy bros, what up? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Ja, Copy ist ja nicht. Soma ist ja auf meinem... Ach, fuck! Mann, wenn man direkt die... Ich lasse das jetzt einfach drin. Ja, wenn man direkt die Begrüßung verkackt, dann kann das Video eigentlich nur toll werden. Ja, herzlich willkommen zurück zu Soma. Äh, das ist ja auf meinem Hauptkanal, dieses Projekt, ne? FC24 ist ja auf dem Gaming-Kanal. Das Jahr habe ich auf dem Hauptkanal gestartet. Und da wird es jetzt auch weitergehen. Äh, ich hab keine Ahnung, wo wir aufgehört haben, weil ist jetzt schon ewig nicht... Nichts mehr passiert. Kein angeschlossenes Gerät. Okay? Catherine, sag mal was. Starte eine Arche-Simulation. Ah, okay. Dann lass uns doch mal... Ah, stimmt, das war ja diese Umfrage, die wir gemacht haben, ne? Ich erinnere mich. Wer, wer, wer ist? Arche-Prozisionsgeber, Teta, Arc by Tau, das wissen wir ja schon. Verhaltensstudio, Dokumente, ich glaube, die haben wir schon gelesen, oder? Was? 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 Abzuschließen? Okay, keine Ahnung. Hä? Ich bin verwirrt. Was soll ich machen? Ah. Okay. Was ist das Ding? Das ist nur ein Kompakt-Examiner. Kostra benutzt es, um die strukturelle Integrität und Payload-Framewerke zu unterscheiden. Natürlich. Können Sie es in es befinden? Wenn ich wusste, was du gemacht hast, wäre es viel einfacher, wie ich dich auf die Arche herausbekommen habe. Hm, ich gebe es mal. Ich gebe es mal. Muskeln, Muskeln, Muskeln. Das war's. Spaß. Aber jetzt mal Real Talk. Ich habe... Radioaktivitätssymbol. Ja, da würde ich auch reingehen. Jetzt mal ein bisschen Real Talk. Ich habe es tatsächlich geschafft... Ich habe es tatsächlich geschafft, mir... ...ein Sixpack zu erarbeiten. Wuhu! Hat endlich funktioniert. Wunderbar. Hat ja auch nur sieben Jahre gedauert. Also es ist jetzt kein richtiger Sixpack, aber... ...Ansätze? Also es sind Ansätze an den Sixpacks da. Wer ist das? Es sieht aus, dass die Basis für dein Körper ist von meinen alten Kollegen. Ein Standard-Cortex-Chip für Robots, including die Data-Reader und die Occu-Torch, hat nur durch den Skull. Was? Struktur-Gel ist die ganze Konstruktion zusammen. Amazing-statt. Nein, 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 nein. Hold on. Back up. Ich bin von deinen alten Kollegen? Well, dein Körper ist. Imogen Reed. Das ist wunderschön. Hey, nicht so. Sie war meine... Sie war mir... ...Wir war mir... ...Wir war mir... Uh-huh. Der Kortex-Chip ist gut news. Das heißt, wir können deine Mind am Arken mit einem Pilot-Satet transferieren. Kath, ich bin half eine deaden Person. Ja, das hat Sinn gemacht. Den Knie haben wir nicht alle simplacyj gischen Ideen. Bloß auf eine deaden Person zu lösen, das nicht so gut funktioniert. Ein Roboter-Handels wird ein Problem machen sich die Leute nicht... ...ein Reliabilität nicht lesen. Du bist der beste von beiden Worlds. Ein чистiger Mind und ein Body. Okay, also um meine Geschichte jetzt nochmal schnell abzuschließen, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ich finde es cool, dass ich es endlich mal geschafft habe, mir einen Sixpack zu erarbeiten. Das hat lange gedauert, sieben Jahre jetzt, aber auch weil ich immer wieder abgebrochen, unterbrochen habe das Training und die Disziplin ich hatte, weil ja immer wieder irgendwas war mit Gesundheit und alles. Aber jetzt hat es funktioniert, es ist kein richtiger Sixpack, aber man sieht die Ansätze und das ist ja auch schon mal was. Finde ich ganz cool, finde ich ganz cool. Ähm, freut mich. Freut mich sehr, dass das funktioniert. Jetzt einmal hier dranmanschen. Ah. Was? System Speicherfehler erkannt. Jetzt ist das schlecht. Memcheck circa 43,75% des Speichers beschädigt. Neukunft... Speicherdefekt. Bitte Speicherbedarf reduzieren. Ach, du heilige. Ah, nein. Okay, was brauchen wir nicht? Ach, Gott. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Die Boje brauchen wir eigentlich nicht. End requires this Boje, Mod Fluss und See. Mod Fluss? Mod See, Typ Wasser. Ja, Wasser braucht er auch keine Sau. Ja, Schmutz braucht er auch keiner. Wo ist denn das Wasser? Hä? Requires, Typ. Hitze braucht er auch nicht mehr. Oh, Gott. Ich schneide euch das, glaube ich, raus, weil... Ähm... Ja, ich schneide euch das hier raus. Yes! Alter! So, auch mal für euch jetzt, dass ihr seht, wie man es einstellt, Boat. Das war jetzt ein halber Akt. Huuuuhh. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real ARC. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Nanami. Upload. Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Paul Burke. Unkompatibel. David Munchie. German Sarat. German Sarat. Was ist das hier? Ah, okay. Das geht nicht mehr. Dummy. Wo muss ich denn drauf achten? Achso. Ah, ich muss warten, bis der Dummy da oben steht. Bei geladenes Modul. Okay. Ich will mal kurz wissen, was da... Ich will mal wissen, was die alles sagt. Try pausing it, wenn der Dummy da oben steht. Nein, try again. Der Dummy muss da oben steht, wenn du pausst. Ach, schade. Das war alles, was sie sagt. Okay. Oh. Juhu. Diagnoseprogramme ausführen. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh. Right. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? Now, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Wunderbar. Dann nehmen wir das Omnitool mit. Ja. Ich hab mir jetzt keine Uhr gestellt. Fuck. Es ist 23.29 Uhr jetzt. Ich würd einfach sagen, ich nehm jetzt noch ne Viertelstunde auf. Ich nehm jetzt noch bis Viertel vor zwölf auf. Und dann mach ich einen Cut, wenn's passt. Zugriff gewährt. So, dann lassen sie mich mal durch. Ah, einmal hier. Scannen. Nice. Warum ist es hier so dunkel? Warum ist das hier so dunkel, der Sch... Fuck, 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 fuck. Ach, ich hab ne Lampe, stimmt. Äh. Ich schließe mich ja kurz ein, ja? Ja, nur ein Packet von Daten. Aha. Just ein Packet von Daten. Ich wünschte, der Typ, der jetzt hier draußen rumschleicht, wäre auch nur ein Packet von Daten. Aber... Ich habe das... Survival on the... Fittest. Die sehen alle nicht so fit aus. Der ist rechts von mir. Oder? Ne, warte mal. Ich höre ihn grad gar nicht. Also er ist... Gutes Stück weg. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ja, müsste ich. Fuck. Fuck. Na, auf die andere Seite. Okay, ne, hier will ich nicht hin Rennen ist hier übrigens ganz schlecht Das habe ich schon mal probiert Dann findet ihr euch Das braucht ihr also gar nicht probieren Heilen muss ich mich nicht Ich bin eigentlich relativ Ich habe gerade wieder den Telefon Wenn euch ja interessiert Was hier steht Was Bader Er Kant Golem Das ist nicht gut Das ist schlecht Fuck Die Geräusche machen mich Gerade so fertig Weil ich nicht weiß Ob er hier irgendwo läuft Ich höre ihn Oder ist das hier eine Lampe Die hier spinnt Weil man sieht ja auch Hier flackert es irgendwo Das heißt hier ist irgendwas Nicht in Ordnung Ich weiß nicht Oh das war Ernsthaft Was ist das WTF Oh Oha Ich meine Man kriegt es ja Gott sei Dank Hier ist der Typ Da ging gerade das Lieb Ah geil Ich bin im Kreis gelaufen Ich glaube da kam ich her Ah warte mal Hier geht es doch weiter Ernsthaft Fuck Ich bin im Kreis gelaufen 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 Ich habe alle Dissert Das ist jetzt schlecht. Da ist er. Digga, verpiss dich. Ich bin tot. Nice. Bitter jetzt reset it. Oh, ich hätte einfach nur den verpfiffen. Oh, fuck. Ja, das hätte ich mir auch klar sein müssen. Oh, scheiße. Wie hat er mich eigentlich hier gefunden? Hätte ich mich woanders verstecken sollen? Fuck. Da kann ich rein, da kann ich rein, da kann ich rein. Ich hoffe eher nicht. Fuck. Fuck, ich brauche irgendwas, womit ich werfen kann. Das Schild. Ich habe gesagt, nicht trennen, aber... Ich hoffe, ich werde hier nochmal sterben. Fuck. Nein. Ich glaube, ich werde hier nochmal sterben. Ach komm. Lauf einfach mir vorbei. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht da. Er ist rechts von mir. Ist er weg? Versuch 2. Ich brauche irgendwas, womit ich diese... Lager. Lager klingt gut. Oh. Was ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ich muss mich erstmal heilen. Ich muss mich erstmal heilen. Ich muss mich erstmal heilen. Ich habe mich so gut versteckt. Hinter dem Regal. Ich kann mich so weit weg, aber... Ich kann mich mehr töten. Ich kann mich auch nie lösen. Jetzt ich glaube ich hier, meine ich... Ich bin Most of them all. Wenn ich mich noch heilen kann, was ich... Oh. Ach. Der steht da direkt hinter mir. Das geht. Wie die überhaupt noch leben können. Ich glaube, hier komme ich nicht rein. Nein. Aber ich bin hier wieder. Kann ich aus dem Lager irgendwas nehmen, um die Scheibe einzuschlagen? Die Dinger hier waren ja offensichtlich nicht schwer genug. Ja, so eine blöde Kanne wird es sein, ne? Scheiße. Womit kann ich denn diese blöde Scheibe ein... Ja, komm. Töte mich. Töte mich. Ach komm, ernsthaft. Also, ganz ehrlich. Ich habe nichts, womit ich diese Scheibe einschlagen kann. So, da kann ich sie mit der Hand zerbrechen. Nee. Anstatt dass er einmal mit der Faust gegenhämmert und das Glas kaputt macht... Na, ohne Sinn. Ja. 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 Da war ich ja vorhin drin. Ich habe nichts um diese... Das ist jetzt schlecht. Ich weiß halt nicht, wie viel Leads man tankt. Äh. Ich würde mich jetzt einfach hier einsch... Das ist jetzt nicht wahr. Da kann ich den Stuhl nehmen. Unter dem Tisch verstecken. Okay, wenn er kommt, bin ich tot. Äh. Ich würde es jetzt nicht vorlesen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Äh. Von Soma. Ja, oder im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ja, bleiben Sie sportlich.